Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von eurem Pumpkin Spice Latte persönlich, Maxim. Hallo. Neue Runde, neues Glück. Nach dem letzten Drama Sonntag dachte ich mir, komm, bestellst du direkt bei einem seriösen Händler den Drogerin. Und ich habe hier heute den Maybelline Adventskalender für 50 Euro mit 24 Türchen. Ich habe auch einen mit 31 Türchen. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Falls ihr den nicht verpassen wollt, folgt mir unbedingt, abonniert den Kanal, damit ihr den nicht verpasst. Den testen wir dann nächste Woche oder vielleicht im Laufe dieser Woche. Aber heute, dieses Schätzchen hier, äh, kompakt, kompakt ist er. Ich muss dazu sagen, ich bin ein großer, großer Freund davon, wenn Adventskalender nicht so riesig sind, weil viele haben ja auch nicht nur einen Adventskalender, sondern ein oder zwei Adventskalender. Und wenn der dann so ein bisschen kompakter ist, dann ist das gar nicht schlecht. Vor allen Dingen, weil wir alle wissen, dass die Türchen nicht randvoll gefüllt sind, sondern wenn hier so ein Türchen ist, dann ist da meistens etwas Längliches und etwas Dünnes drin. Wie ein Augenbrauenstift, ein Lip Liner oder ähnliches. Und dafür brauchen wir ehrlich gesagt nicht so viel Platz. Bevor wir mit diesem Adventskalender weitermachen, wollte ich euch ganz kurz etwas über einen ganz besonderen Adventskalender erzählen. Und dafür unterbrechen wir einmal ganz kurz für eine Herzenswerbung. Ihr wisst es, mein Mann ist Autor und er hat auch dieses Jahr wieder einen eigenen Adventskalender gemacht. Den blende ich euch hier einmal ein. Die süßeste Geschichte, die es gibt, der Zimttölpel. Dieses Jahr geht die Geschichte weiter. Falls ihr den ersten aber nicht gelesen habt, ist es gar nicht so schlimm. Er baut nicht auf dem anderen auf. Ihr könnt ihn als unabhängige Geschichte lesen. Und ihr bekommt 24 Briefumschläge, die aufeinander aufbauen, sodass ihr über den Dezember verteilt die süßeste Weihnachtsgeschichte überhaupt habt. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, auch den ersten Kalender zu kaufen oder den gibt es jetzt auch als gebundenes Buch. Einfach um die Vorgeschichte auch zu kennen. Übrigens eine grandiose Empfehlung für Weihnachten. Wirklich die süßeste Geschichte. Also ich darf ja sowas immer vorher schon lesen, bevor es dann rauskommt. Und ich habe schon beim ersten Teil, saß ich da, ich habe alle hintereinander weggelesen und dachte mir, ich kann es kaum erwarten, das unseren Kindern mal vorzulesen, weil es einfach so süß ist. Es ist natürlich nicht nur für Kinder, sondern auch für euch etwas, wenn ihr einfach eine Leichtigkeit haben wollt, was Schönes lesen wollt und jeden Tag so eine kleine Freude haben möchtet. Ich finde, das ist nochmal was anderes als Produkte, 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 Produkte. Es ist alles ohne Plastik verpackt. Ihr habt eine Möglichkeit, das Ganze aufzuhängen. Und ich blende euch hier auch mal Bilder ein, die uns Zuschauerinnen vom letzten Jahr geschickt haben. Wir sitzen hier wirklich jetzt ab September jeden Tag und packen die Adventskalender selber. Wir falten sie selber, wir bekleben sie selber und dann verschicken wir sie euch auch rechtzeitig zum Start. Also schaut da unbedingt vorbei. Wirklich eine Herzenssache. Ich lese euch einmal kurz vor, was euch erwartet. Endlich ist es soweit. Der zweite Adventskalender des Pelletier Verlags ist da. Dieser liebevoll gestaltete Kalender bietet dir eine noch nie dagewesene Weihnachtsgeschichte von Danny Pelletier. Du erhältst 24 hochwertige Briefumschläge, die dir täglich einen Teil der zuckersüßen Weihnachtsgeschichte Weihnachten in Gefahr erzählen. Die Geschichte wurde auf wundervollem Weihnachtspapier gedruckt und ist chronologisch aufgebaut. Mit jedem Tag begleitest du den Zimttölpel und seinen treuen Begleiter, den Lebkuchenmann, bei ihrem Versuch Weihnachten vor dem gruseligen Krampus zu retten. Das ist eine ganz, 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 ganz tolle Sache für sich oder für seine Familie, vielleicht auch für eure Kinder. Einfach nochmal was anderes als Produkte oder Schokolade. Von mir eine große, große Empfehlung. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr im Pelletier Verlag vorbeischaut. Mich hat die erste Geschichte schon berührt, die zweite umso mehr. Und ich verlinke euch alle Informationen einmal unten in der Infobox. Schaut da unbedingt vorbei. Und er ist deutlich günstiger als alle anderen Kalender, die wir bis jetzt hier auf diesem Kanal hatten. Und er hat die gemacht von uns. Okay, ihr kennt meine Adventskalender-Unboxingsfreunde. Wir sind sehr, sehr trocken, was das Ganze angeht. Ich zeige euch die Zahlen nicht. Ich zeige euch einfach, was da drin ist, damit ihr euch schon mal so ein Bild machen könnt. Lohnt sich das? Und ich werde den einen oder anderen Kommentar dazu abgeben. 24 Türchen sind mit drin. Wie gesagt, es gibt auch noch den 31er. 50 Euro, ja, ist schon, ist schon, ist es viel für einen Adventskalender. Nach dem letzten, denke ich, ist es ein Schnäppchen hier, ne? Nach diesem Douglas Adventskalender, der schon mit halbleeren Produkten hier um die Ecke kam. Habe ich übrigens noch kein Update für. Gebe ich euch dann bei Instagram. Ich würde vorschlagen, wir starten einfach, oder? Ich hatte euch die Umverpackung nicht gezeigt. Inklusive Sky High Mascara. Happy Holidays. Und hier ist die Lash Sensational Mascara drin. Ebenfalls eine sehr, 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 sehr gute Mascara. Das ist jetzt die kleine Größe. Ich bin ehrlich, ich liebe Mascaren in kleinen Größen. Bei Drogerie-Mascaren finde ich es jetzt nicht ganz so wichtig wie bei High-End-Mascaren. Da würde ich immer die kleine Größe kaufen, weil ich eine Mascara regelmäßig wechsle und eine übliche Größe nicht hygienisch beenden kann. Ich hatte gestern, beziehungsweise vorgestern, einen Reel hochgeladen und habe ein paar ganz, ganz echauffierte Kommentare bekommen, wie ich denn sagen könnte, dass man die Mascara eigentlich alle drei Monate wechseln sollte. Sie oder er haben die Mascara drei Jahre in Benutzung. Da habe ich mir jetzt mal teilgedacht. Okay, aber wir haben die Lash Sensational Mascara in schwarz, in einer kleinen Größe. Fängt schon mal gut an. Ich muss sagen, ich mag das Design hier auch sehr, sehr gerne. Es ist ein bisschen cleaner, es ist nicht so wild. Und wir haben auch gleich schon die nächste Mascara. Auch hier sehr, 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 sehr gut. Eine meiner liebsten Mascaren von Maybelline, die Fall Seas. Habe ich hier einmal in der Originalgröße und hier in der Reisegröße. In der Reisegröße sind 4,7 Milliliter. Hier sind 10, also es ist ungefähr die Hälfte. Völlig in Ordnung. Die Mascara in Full Size kostet ja schon 13 Euro. Habe ich jetzt mittlerweile auch ein Wasserfest. Habt ihr vielleicht sogar schon Content zugesehen. Grandios. Oh, wir haben einen Lippenstift. Und da muss ich sagen, finde ich super. Das ist die 1. Da ist ein Lippenstift mit drin. Ich nehme mal an, dass es die Farben alle die gleichen sind. Aber ich möchte im ersten Türchen schon mal einen Knaller haben. Weil ich dann einfach Motivation habe. Und das ist die Farbe Summer Pink 148. Ein wirklich, wirklich schöner Ton. Geht so ein bisschen in die perlmuttige Richtung. Gefällt mir gut. Ist ein Full Size Lippenstift. Mit dem habe ich jetzt persönlich selber noch keine Erfahrung gemacht. Mit der Qualität. Aber ist ein Lippenstift. Kannst du nie was mit falsch machen, wenn du den nicht auf den Lippen tragen möchtest. Kannst du sowas natürlich auch super, super gut als Blush zweckentfremden. Wir haben, wir haben ein Color Sensational Shaping Lip Liner in der Farbe Nude Whisper. Ist ein sehr, 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 sehr heller Ton. Ich weiß nicht, ob ihr ihn erkennen könnt. Erinnert mich so ein bisschen an Concealer Lips. So 2004, MySpace, beziehungsweise Schüler VZ, Studi VZ Zeit. War für uns alle wild. Mit schöner Farbe, Full Size Lip Liner kann man mit Sicherheit auch was Gutes machen. Bis jetzt muss ich sagen, keine Enttäuschung. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich wusste nicht, dass Maybelline Beauty Sponges hat. Wir haben hier einen Beauty Blender mit dabei. Ohne Latex. Finde ich gut. Wusste ich nicht, dass es dabei ist. Kann man immer gebrauchen. Also das sind ja, ich finde, ihr kennt ja meine Regeln. Ich mag persönlich Adventskalender von verschiedenen Marken immer ganz gerne. Aber da bin ich dann, also da erwarte ich, dass da keine Fehlerprodukte drin sind. Wenn eine eigene Brand einen eigenen Kalender rausbringt, darf da auch mein Fehlerprodukt mit drin sein. Sollte jetzt keine Abo-Falle sein. Aber so ein Beauty Spong, der thematisch damit was dazu hat, super. Uh, das ist ein Treffer, ne? Hier, eine auch meine Lieblingsfarbe, Seductress, den Maybelline Superstay Mud Ink in meiner liebsten Farbe. Schönste Farbe überhaupt, tolle Qualität, grandiose Liquid Lipsticks, super. Die kosten auch 15 Euro. Also er hat sich gleich gerechnet. Ja, wir haben einen Nagellack, aber ich, ne? Also hätte ich mir den jetzt gekauft, hätte ich mich an dem Tag geärgert. Aber nur weil ich kein Nagellack trage. Ist eine sehr, 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 sehr schöne Farbe. Geht so ein bisschen in das Burgunderrot rein. Könnt ihr jetzt, glaube ich, kaum erkennen. Ist eine wirklich schöne Farbe. Doch, muss man dazu sagen. Ist ein Gelnagellack. Wir haben ein schweres Türchen. Garnier! Wir haben den Garnier Skin Active mit Zellenreinigungswasser. All in one. Kostet ja auch schon fast zwei Euro mittlerweile. Gehört halt natürlich mit zur Royal Gruppe, ne? Deswegen ist das nicht überraschend, dass das mit drin ist. Ist aber auch ein gutes Produkt, was ich regelmäßig benutze. Das rosa habe ich persönlich jetzt noch nicht benutzt. Aber finde ich spannend. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon vielleicht die ein oder andere Idee für euren Adventskalender habt. Wir haben einen weiteren Nagellack. Den Super Stay 7 Days Gel Nail Color Nagellack. In einer sehr, sehr schönen, nudigen Farbe. Auch eine sehr erwachsene Farbe, ne? Da ist ja immer so ein bisschen... Also bei Essence erwarte ich ein bisschen lautere Sachen. Bei Maybelline ist er doch schon etwas höherpreisiger in der Drogerie. Da darf es dann auch mal ein bisschen gediegener werden. Deswegen bin ich da voll mit einverstanden. Das ist so ein typisches Produkt mittlerweile in Adventskalendern. Kann man aber eigentlich immer gebrauchen. Wobei... Nee, stopp, warte mal. Das ist ein Tattoo-Liner. Ich dachte, das ist ein schwarzer Kajal. Und das ist so ein Gel-Eyeliner, Gel-Pensel. Aber nicht in schwarz, sondern in blau. Schöne Farbe. Doch, ihr könnt es gut erkennen. Ein schönes Blau. Ein Filler-Produkt ist okay. Das ist ein kleiner Anspitzer. Aber wisst ihr? Ich habe hier, glaube ich, mittlerweile 17 Anspitzer rumfliegen. Es gibt aber nur einen, den ich benutze aus dem Adventskalender von vor... Weiß ich nicht wie viele Jahren. Und zwar den hier von Essence, weil der hat einen Container. Und ich hasse es. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand... Oh, kennt ihr solche Leute? Die haben so ein Ding in ihrer Tasche und spitzen dann in ihrer Schminktasche ihre Stifte an. Und machen dann diesen... Oder in ihrer Federtasche dieses Zeugs da ein. Huh. Ein Anspitzer. Okay. Wir haben ein First, eine Mascara, eine Augenbrauen-Mascara. Aber in Clear. Sehr, sehr vorbildlich, dass es nicht farbgebunden ist. Das ist ja bei Produkten immer ein bisschen schwierig. Ist ein Augenbrauen-Gel. Farblos. Kann man dafür benutzen, um die Wimpern und die Augenbrauen so ein bisschen in Form zu bringen. Ist jetzt auch eine kleine Größe. Aber man muss ja auch immer so ein bisschen schauen. So ein Adventskalender eignet sich ja auch immer ganz gut für einen selbst, um zu schauen, was gibt es denn vielleicht alles von der Marke, was ich so noch nicht kenne. Das kenne ich persönlich jetzt auch noch nicht. Auf der anderen Seite für die Marke, um zu zeigen, hey, das sind Produkte, die kannst du dir vielleicht, wenn deine Tester hier leer sind, nochmal in groß nachkaufen. Sofern sie im Standardsortiment sind. Oh, das ist sehr schön. Habe ich auch noch nie getestet. Das sind diese Monolid-Schatten, aber die Creme-Monolid-Schatten. Colour Tattoo 24 Hours in der Farbe Pink-Gold. Sehr, 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 sehr schöne Farbe. Erinnert mich so ein bisschen. Ich gehe nicht mit dem Finger rein. Ja, erinnert mich voll und ganz an diese Charlotte Tilbury Pillow Talk Gelid-Schatten. Finde ich ja super spannend. Mag ich total gerne. Ich hatte neulich, seht ihr aber erst Mittwoch, glaube ich, einen Monolid-Schatten von MAC. Und der hat mich so umgehauen. Das ist unglaublich gewesen. Okay, wir haben einen weiteren Nagellack. Aber auch diesmal hier wieder in so einem recht neutralen Ton. Das ist okay. Wäre da jetzt Neon-Grün drin, hätte ich gedacht, muss vielleicht nicht unbedingt sein. Aber wir haben noch einen weiteren Nagellack. Jetzt sollte es aber auch der letzte Nagellack bleiben in einem Hot Red. Wir haben jetzt vier Nagellacke, glaube ich, gehabt. Eins, zwei. Ich sehe jetzt gerade nur drei. Wir haben vier Nagellacke, zwei aus der Fast-Jay-Reihe und zwei aus dieser Super-Stay-Reihe. Ist okay. Die sind natürlich auch nicht alle so dicht beieinander in dem Adventskalender drin. Sind aber alles tragbare Farben, muss ich sagen. Also sehr erwachsen, sehr schlicht. Ist für jede und jeden was mit dabei. Okay, jetzt geben wir mal ein bisschen Gas, Maxim hier. Ihr seid nämlich nur hier, um die Schätzchen zu sehen. Wir haben den Cheek Heat, ein Full-Size-Produkt, auch ebenfalls eines meiner absoluten Favoriten im Thema oder in der Welt der Cream-Blushes aus der Drogerie, weil es da natürlich auch nicht so viel gibt. Tolle Farbe, ganz, 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 ganz spektakuläre Textur, sehr, sehr schön zu verteilen. Egal ob auf den Augen, auf den Lippen, auf den Wangen, auf gesetteter Base, auf ungesetteter Base. Du kannst essen, trinken, extra kauen. Sehr, 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 sehr gutes Produkt. Das Produkt mag ich total gerne. Wir haben einen weiteren Lip-Liner und diesmal in der Farbe, die Maxim schreit, ein sehr, 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 sehr dunkles Burgunder-Braun. Ich würde ihn jetzt swatchen. Ihr müsst euch jetzt nur das Käppchen anschauen, dann wisst ihr Bescheid. Ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Kann ich mir auch gut in Kombination, vor allen Dingen hier, mit dem Maybelline, mit dem Superstay. Das ist natürlich alles Maybelline hier. Mit dem Superstay vorstellen. Ich mag es ja total gerne. Eine dunkle Lippen-Kontur und ein helleres Zentrum. Sehr schöne Farbe. Ein Full-Size-Primer, den Fit Me Luminous & Smooth. Ebenfalls ein grandioser Primer. Ist ganz spannend, ne? Weil wären da jetzt Produkte drin gewesen in Full-Size-Größe, die halt nicht gut sind, oder die ich zumindest als nicht gut empfinde, hätte ich das natürlich anders bewertet. Mag ich super, super gerne. Gibt einen richtig, richtig schönen Glow auf die Haut. Ist ein tolles Produkt für die Drogerie, für normale bis trockene Haut. Ja, würde ich zustimmen. Kommt meinem ähnlich. Ist aber ein bisschen, ein bisschen mehr Glowy hier. Da ist nochmal eine Verpackung drin. Das ist ein Mikrofaser-Handschuh zur Reinigung und Trocknung des Gesichtes. Ach so, okay. Das ist wie so ein Washi. Finde ich spannend. Wisst ihr, was ich damit sehr gerne mache? Ich putze damit sehr gerne. Also, ich finde, es klingt halt jetzt so. Ich habe ja meine eigenen, meine Mikrofaser-Multitools. Damit kannst du ein bisschen einfacher, finde ich, arbeiten als hiermit. Weil du hier halt mit deiner Hand reingehst. Aber damit gehe ich total gerne hier über so eine Tastatur mal rüber oder über so eine Scheibe. Dafür ist es sehr, sehr gut. Finde ich jetzt aber okay. Ist kein unnötiges Filler-Produkt, wie jetzt beispielsweise der Anspitzer. Wir haben eine weitere Mascara in Mini. Ja, okay. Ist die Curl-Bounce-Mascara auch eine recht neue Mascara. Finde ich okay. Bis... Aha, nee. Warte. Schwierig. Finde ich das okay? Vier kleine Mascaren. Doch, glaube ich, finde ich okay. Für 50 Euro. Das Ding hat jetzt nicht 120 Euro gekostet. Das ist schon... Maybelline ist ja teurer. Und wir haben schon einige Full-Size-Produkte hier. Also wir haben den Preis schon lange raus. Hier ist er aber. Der Express Coal-Kajal. Ein schwarzer Kajal in Schwarz. Klassisches Adventskalender-Produkt. Kann man aber irgendwie immer gebrauchen. Ein Scrunchy. Okay. Auch in Ordnung. Ist eine schöne Farbe für Weihnachten vielleicht. Kann ich persönlich natürlich mit meinen Haaren nicht benutzen. Ich weiß, dass viele aber auf Scrunchy schwören. Deswegen ist das völlig in Ordnung. Und wir haben noch ein Türchen. Und da ist sie... Uh. Die sieht aber anders aus. Das ist eine Limited Edition hier. Die Lash Sensational Mascara. Ich meine, dass die matt war. Das ist eine LE hier. Also würde ich jetzt mal sagen. Oder vielleicht täusche ich mich da auch. Aber ich meine, dass die originale Sky High Mascara so ein bisschen matt war. Die ist ja wirklich so pinkes Chrom. Sehr, sehr gut. Fazit, ihr süßen Mäuse. Wir haben... Ja. Ich überlege gerade. Ich hätte mir persönlich noch einen Lippenstift oder noch so eingewünscht. Das wäre dann aber wahrscheinlich schon frech gewesen. Und vielleicht eine Mascara weniger. Auf der anderen Seite habe ich natürlich jetzt auch die Möglichkeit, mich durch diese Mascaren durchzutesten. Wenn ich weiß, okay, ich möchte lieber diese Formulierung mal probieren. Oder diese Formulierung. Ist das völlig in Ordnung. Drei Mini-Mascaren. Das war keine Mascara. Das war ein Augenbraungel. Entschuldigt bitte. Ist okay. Plus eine Full-Size-Mascara auf jeden Fall. Kann man mit leben. Wir haben zwei Produkte für die Augen. Wir haben einige... Also wir haben Liner für die Augen. Wir haben Lippenstifte. Wir haben sogar einen Creme-Lidschatten. Und wir haben so ein paar Goodies. Eins, zwei. Den Beautyblender ziehe ich jetzt mal nicht als Filler-Produkt mit dazu. Drei Filler-Produkte. Ist auch ein guter Schnitt. Vier Nagellacke. Ist mir persönlich ein bisschen zu viel. Aber wisst ihr was? Für 50 Euro ist viel Geld. Aber 50 Euro ist für ein Maybelline-Adventskalender mit dem Inhalt. Meiner Meinung nach okay. Es sieht schön aus. Wir haben limitierte Produkte. So scheint es für mich zumindest jetzt gerade. Wir haben Produkte, die jeder und jede benutzen kann. Irgendwie. Und das finde ich gut. Es war jetzt kein totaler Flop. Selbst hierfür freue ich mich, weil ich jetzt weiß, ich kann gleich hier mein Computer. Ich habe hier einen PC, einen ganz, ganz alten Mac. Also einen MacBook Pro. Der ist aber von 2012 oder so. Der steht hier halt immer im Puderregen. Da kann ich dann jetzt hier gleich nur so ein bisschen rüber gehen. Finde ich in Ordnung. Gute Zusammenstellung aus verschiedenen Produkten. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Adventskalender sagt. Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Hat mir Spaß gemacht. Hat mir wirklich Freude bereitet. Schaut unbedingt im Pilitier Verlag vorbei. Dort findet ihr den Zimttöpel Nummer 2. Den Zimttöpel als Buch aus dem letzten Jahr. Und ihr könnt natürlich auch den Adventskalender aus dem letzten Jahr schon kaufen. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart, ihr süßen Mäuse. Und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald morgen schon hier wieder. Tschüss.